Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du in Power BI mittelstags den prozentualen Anteil am Ganzen kalkulierst. Also beispielsweise kalkulierst, welchen Anteil ein bestimmter Monat am Umsatz des Gesamtjahres hat oder welchen Anteil ein bestimmtes Produkt am Umsatz über alle Produkte hat. Schauen wir auf die Beispieldaten. Ich bin mit einem denkbar einfachen Datenmodell unterwegs. Ich habe hier zwei Tabellen. Ich habe hier einmal die Kalendertabelle, die du bei mir von meiner Website runterladen kannst als M-Skript. Das kann ich nochmal verlinken. Und ich habe hier unten eine Umsatztabelle, in der sich im Endeffekt nur zwei Spalten befinden, nämlich die Spalte Datum, wo immer der erste des Monats drin steht, und die Spalte Wert, in der sich der Umsatz befindet. Was ich jetzt gemacht habe im Bericht ist, ich habe einmal auf das Jahr eingeschränkt, 2022, sodass sich hinter jedem Monat auch immer nur ein Monat befindet und nicht der Monat aus mehreren Jahren. Also das hier ist der April 2022 und ist der September 2022. Und hier in der Mitte befindet sich der Umsatz, den ich als ganz einfaches Measure verfasst habe, nämlich Summe Umsatz ist gleich Sum über die Wertspalte der Umsatztabelle. Keine große Magie dahinter. So, jetzt möchte ich mit dir zusammen das Measure schreiben, das den Umsatzanteil am Gesamtergebnis kalkuliert. Also wenn ich jetzt in Excel unterwegs wäre, würde ich sagen, ich nehme einen fixen Bezug auf das Gesamtergebnis, diese 6100, und dividiere dann jeweils die jeweilige Zeile durch das, was da unten steht, was ich dann in Dollar gesetzt habe in meiner Formel. Sowas gibt es hier in DAX nicht. DAX denkt nicht in Zellen, sondern DAX denkt in Tabellen und Filtern. Und das, was wir hier in dieser Visualisierung sehen, ist, ich kann es hier auch nochmal hier in dieser Spaltendarstellung zeigen, ist, dass ich hier einmal die Summenspalte aus der Umsatztabelle mit abbilde, aber als Zeilenbeschriftung die Spalte Monat mit 3M, also der dreistellige Monat, aus meiner Kalendertabelle. Und das bedeutet, dass dieser Monat aus meiner Kalendertabelle diesen Wert hier unten, diese 6010, filtert. Denn hier unten im Gesamtergebnis ist es nicht etwa die Summe über alle Werte darüber, sondern hier heißt es einfach, dass es keinen Filter auf der Monatsspalte gibt. Das heißt, hier werden die 6100 dahingehend gefiltert, dass es nur für Datensätze aus dem April angezeigt wird, hier für den August, hier für den Dezember und unten eben kein Filter auf Monat existiert. So, wie bekomme ich es also hin, dass ich zeilenweise durch diese 6100 dividieren kann? Wahrscheinlich am sinnvollsten, indem ich mir erstmal aus didaktischen Gründen ein Measure schreibe, das den Gesamtjahresumsatz beinhaltet. Das können wir nachher killen. Ich mache das jetzt nur mal zwischendurch. Ich sage mal, Gesamtumsatz ist gleich. Und da wir einen Filter übersteuern wollen, nämlich hier den Filter des Monats, müssen wir mit Calculate arbeiten. So, ich sage hier, ich möchte den Umsatz haben, also Summeumsatz. Wir können das Measure wiederverwenden, das ich mir vorhin schon geschrieben habe, aber ich möchte einen Filter entfernen. Und dafür nehme ich die Funktion Remove Filters. Remove Filters ist eine relativ neue Funktion. Funktion, die allerdings schon existiert, seitdem es DAX gibt. Denn früher hieß sie ALL. ALL als erstes Argument in einer Calculate-Funktion ist das gleiche wie die Funktion Remove Filters, nur der Name Remove Filters sagt eher, worum es geht. Deswegen nutze ich den jetzt hier an dieser Stelle. In den älteren Blogartikeln, die man im Internet findet, und ich werde nachher noch auf einen von unseren Freunden Marco Russo und Alberto Ferrari verweisen, wird mit dem ALL gearbeitet. Ich benutze hier diese Funktion. So, und ich möchte jetzt, dass der Filter aus der Monatsspalte der Kalendertabelle ignoriert wird. Also muss ich hier natürlich entsprechend suchen. Und finde ich hier die entsprechende Spalte. Ich sage Remove Filters. Ich schließe die Calculate-Funktion. Ich mache das Ganze nochmal groß, dass man es auch lesen kann. Also das hier ist der spannende Teil, der sagt, auch wenn hier jetzt zeilenweise nach Monat gefiltert wird, ignoriere diesen Filter bitte und wirf mir überall das Gesamtergebnis aus. Ich formatiere das hier mal als Dollar, ist eigentlich egal, als Währung. Ich hole das mal hier rein. Und hier kannst du jetzt sehen, dass jetzt hier zeilenweise eben diese 6100 auftaucht, wie hier unten, weil der Filter aus den Monaten schlichtweg ignoriert wird. Und ich jetzt zeilenweise den Wert, der hier steht, durch den Wert dividieren könnte. Ich mache das einfach mal. Ich ziehe mal das bereits vorbereitete Measure Umsatzanteil nach unten. Ich schreibe das mal hier rein. Ich könnte jetzt hier zeilenweise sagen, Umsatz. Entschuldigung. Natürlich ein Divide. Ich sage hier den entsprechenden Umsatz durch den Gesamtumsatz. Sage noch, dass das ein Prozentzeichen haben soll. Jawohl, das hat es schon. Und habe dann hier dementsprechend überall meine Prozente. Dieses Measure muss gar nicht sichtbar sein in der Visualisierung. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt entferne, wird der Prozentsatz trotzdem kalkuliert. Ich nehme das hier rechts einfach mal über das X raus. Schmeiß den raus und du siehst, die Prozente sind trotzdem da. Aus didaktischen Gründen ist es sinnvoll, so einen Gesamtumsatzmeasure zu schreiben. Aber ich hätte es hier auch direkt in meinem Measure Umsatzanteil machen können. Das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal tun. Ich schmeiße das Gesamtumsatzmeasure nicht raus, aber ich kopiere mir den Code hier raus. Beziehungsweise ich schmeiße es raus, aber vorher hole ich mir den Code dazu. Und gehe nochmal in meinen Umsatzanteil. Und das, was hier drin steht, ich scrolle das mal größer. Das kann ich natürlich umbrechen und kann jetzt hier hinten den Teil mit dem Gesamtumsatz schlicht und ergreifend ersetzen durch das, was ich eben kopiert habe. So und so kann man es, glaube ich, besser lesen. Also ich habe hier oben mein Divide. Ich habe den Umsatz, der auf den Monatsfilter reagiert. Also in dem Fall eben der Monatsumsatz, weil in der Visualisierung der Monat drin ist. Und im Divisor eben über das Calculate den ignorierten Filter auf der Monatspalte, dadurch eben den Gesamtumsatz. Und das kann ich eben auch in diesem einen Measure darstellen. Und siehe da, ich bekomme auch diese Werte. So weit, so gut. Jetzt bin ich vor kurzem in einem Kundenprojekt gewesen, wo mein Kunde zu mir meinte, Lars, ich habe es genau so gemacht und ich komme nicht auf das Ergebnis. Er berechnet mir trotzdem nicht den Anteil, sondern ich habe überall 100 Prozent. Ich wechsle mal die Beispieldatei. Du siehst hier oben vielleicht, das hier ist die Beispieldatei 1. Ich wechsle jetzt mal in die Beispieldatei Nummer 2. Die befindet sich hier. Und du siehst, es ist exakt das gleiche Modell. Also ich habe hier nichts reingeschummelt und reingemogelt. Es ist wirklich das gleiche Modell. Selbe Kalendertabelle, selbe Umsatztabelle. Und ich zeige dir gerade noch mal hier die entsprechenden Measures, die sich auch schon in der Visualisierung befinden. Ich habe hier einmal das Umsatzmeasure. Völlig unspektakulär und auch genau das gleiche wie vorhin schon. Summe über die Wertspalte der Umsatztabelle. Und ich habe den Umsatzanteil, der sich genauso darstellt, wie ich es eben vor deinen Augen für dich aufgebaut habe. Und trotzdem sehe ich hier überall 100 Prozent. Und woran liegt das? Wenn man das das erste Mal hat, kommt man ins Verzweifeln. Der Punkt hier ist der folgende. Vielleicht fällt dir auf, ich gehe noch mal kurz zurück in die andere Datei. Ich bin jetzt in der Beispieldatei 1. Hier fällt dir vielleicht auf, dass der Monat keine Sortierung hat. Beziehungsweise er hat eine Sortierung, eine alphabetische Sortierung, aber eben keine chronologische Sortierung. Und wenn wir in die andere Datei zurückgehen, siehst du hier, hier haben wir eine chronologische Sortierung. Hier steht der Januar vor dem Dezember. Gott sei Dank. Und das ist immer so ein Indiz. Denn wenn ich hier in meine Kalendertabelle gehe, vielleicht kennst du das schon, wenn das neu für dich ist, hättest du natürlich sowieso keine Chance, das zu finden. Denn jede Textspalte, die nicht alphabetisch in der Visualisierung sortiert werden soll, sondern nach anderen Kriterien, so wie der Montag an erster Stelle stehen soll vor dem Dienstag, alphabetisch wäre es andersrum, so ist es bei Monaten hier auch. Der Januar soll der erste sein und der August der achte. Dann brauche ich eine Sortierspalte in meinem Modell. Das bedeutet, wenn du in meine Kalendertabelle schaust, wirst du neben jeder Textspalte eine Spalte sehen, die mit einer Raute versehen ist. Die es mir ermöglicht, dem Januar die 1 zuzuweisen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen runterscrolle, dem Februar die 2 zuzuweisen, sodass die eben chronologisch sortiert sind. Und das würde mir auch die Möglichkeit geben, ein Fiskaljahr richtig zu sortieren, wenn mein Jahr mit dem Juli beginnt und auf dem Juni des Folgejahres endet. So kann man solche Geschichten machen. Das Problem ist, wenn eine solche Spalte, wir haben jetzt diese hier, die Monat mit 3M, also den dreistelligen Monat, den haben wir in unserer Visualisierung benutzt. Und der ist tatsächlich, wenn ich hier oben auf Nachspalte sortieren klicke, der ist tatsächlich nach der Monatrautespalte, also nach der numerischen Monatsspalte sortiert. Und wenn ich eine solche Sortierspalte mit drin habe in meiner Tabelle und damit in meinem Modell, muss ich diese Spalte beim Entfernen von Filtern mit berücksichtigen. Schauen wir uns das mal an. Wenn ich hier jedes Mal, wenn ich eine solche Visualisierung aktualisiere, schickt Power BI eine DAX-Query, eine DAX-Abfrage an die dahinterliegende Engine, an das Datenmodell, genannt VertiPack. Und bekommt die entsprechenden Datensätze zurückgeliefert, die dann in dieser Visualisierung dargestellt werden. Und was für eine Abfrage da erzeugt wird, kann ich mir anschauen, wenn ich oben auf Anzeigen klicke und hier oben auf Leistungsanalyse gehe. Hier gehe ich drauf und sage hier oben Aufzeichnung starten und sage danach Visualisierung aktualisieren. Klicke da mal drauf und sage hier Visuals aktualisieren, da ich hier nur zwei Visuals habe, nämlich hier den Slicer und unten die Tabelle, nicht die Karte. Es ist einfach herauszufinden, welches ich jetzt hier aufklappen muss, nämlich hier die Tabelle. Und wenn ich da drauf klicke, kann ich hier unten die DAX-Abfrage kopieren, die die Engine jetzt für mich erzeugt hat. Ich habe da drauf geklickt und ich öffne jetzt bei mir, ich öffne jetzt DAX-Studio. Du kannst aber jeden anderen Editor öffnen, um das zu tun. Ich gehe jetzt hier mal auf External Tools und sage DAX-Studio. Wie gesagt, das ist nicht notwendig, nimm Word meinetwegen. Und wenn ich das jetzt hier einfüge, dann kann ich hier an dieser Stelle sehen, dass hier in diesem Roll-Up-Group beide Spalten mit drin sind. Nicht nur die Monatsspalte, die ja auch in der Visualisierung zu sehen ist, sondern auch die Monatsnummer, die in der Visualisierung ja überhaupt nicht auftaucht. Das ist der Grund, warum ich auch diese Monatsnummer ignorieren muss in meinem Remove Filters, damit die Berechnung funktioniert. So, ich schließe mal DAX-Studio. Nicht speichern. Und gehe mal in meinen Measure für den Umsatzanteil hier oben. Ich mache das mal nochmal größer. und kann jetzt in diesem Remove Filters hinter Kalendermonat 3xM einfach mit Komma separiert sagen, Kalendermonat Nummer. Ja, also es ist wichtig, dass das eben die Spalte ist, nach der sortiert wird. Wenn ich das jetzt bestätige, wirst du sehen, hier unten tauchen wieder die korrekten Anteile für den jeweiligen Umsatz mit auf. Mir ist es an der Stelle wichtig, A, auf dieses Problem aufmerksam zu machen, beziehungsweise es ist kein Problem, aber wenn man erstmal davor steht, kann es schwierig sein. Ich hatte jetzt bei einem Kunden mit einem neuen Datenmodell zu tun und auch noch der Tatsache, dass in der Faktentabelle eine solche Sortierspalte mit drin war, die man da eigentlich nicht einbauen sollte, weil das dann immer sehr rechenintensiv ist und das Modell ja auch vergrößert. Also sowas sollte sich normalerweise in Dimensionen befinden, aber ich hatte danach nicht gesucht und habe dementsprechend auch eine Weile gebraucht, um diese Problemstellung zu lösen. Ja, wenn man das weiß und darauf auch aufpasst, hast du eben gesehen, ist es schnell machbar. Der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, dass das hier nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass es einen wunderbaren Artikel von meinen italienischen Kollegen Marco Russo und Alberto Ferrari gibt, den ich unter dem Video verlinken werde. Ich kann hier oben nochmal den Link anzeigen. Wir sagen hier Side Effects Index of the Sort by Column Setting und hier wird eben darauf hingewiesen, dass es sowohl für die IsFiltered Funktion als auch für die All bzw. RemoveFilters Funktion, wie ich sie benutzt habe, sinnvoll ist, das in einen und denselben Ausdruck zu schreiben. Also oben bei IsFiltered, IsFiltered, Month, Or, IsFiltered, Month, Number und hier unten eben stellt euch hier statt des Alls ein RemoveFilters vor, RemoveFilters Monat und Monatsnummer. Ja, das kann zu Kopfschmerzen führen, wenn man das nicht zumindest schon mal gesehen hat. Ja, dadurch, dass das nun für mich gerade aktuell in einem sehr kleinen Projekt aufgetreten ist, dachte ich, das ist eine Info, die man weiter erreichen kann. Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Arbeit mit DAX und dem Power BI Datenmodell und ich sage danke für deine Zeit. Tschüss und bis bald.